Hey, was machst denn du da? Einen Fotokalender für's Mami. Aber doch nicht auf unserem Computer. Ha, das ist ja der Lorenz Kaiser. Wie sieht der aus? Weisst du, er spielt so einen gestörten Chirurg. Übrigens, was wird da jetzt alles, wenn's fertig ist? Eben, ein Fotokalender für's Mami. So einfach? Ha, da hätte sogar ich. Wie geht's? Wie heisst der Film? Eben, länger leben. Gestalten und bestellen auch Sie Ihren persönlichen Fotokalender bei ifolo.ch Fotos für's Leben.